Weiter geht's! Champions League Halbfinale. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Zweimal Deutschland gegen Frankreich und die erste Runde spielen Leipzig gegen Paris Saint-Germain. Mit zwei deutschen Trainern, mit Nagelsmann auf der einen und Tuchel auf der anderen. Und beide kennen sich schon sehr, sehr lange und gut. Genau, denn der Tuchel hat den Nagelsmann quasi als Trainer entdeckt. Vor einigen Jahren, über ein Jahrzehnt ist es schon her, da war Nagelsmann unter Tuchel in der zweiten Mannschaft vom FC Augsburg Spieler. Verletzungsgeplagt, aber wohl talentiert und Tuchel hat ihm da schon gesagt, du versuchst mit der Trainerkarriere, der Rest, da kimmst du in Schmorne ein. Und der Julian hat sich daran gehalten und ist nicht nur einer der Gesichter der neuen deutschen Trainergeneration, er ist auch mit Leipzig unglaublich erfolgreich, Tabellenerster in der Gruppe geworden, dann im Achtelfinale Tottenham Hotspur besiegt, im Viertelfinale jetzt gerade ohne Timo Werner sogar Atletico Madrid besiegt und darf jetzt gegen seinen Mentor in der Decca spielen. Wie cool ist diese Story? Ja, starke Leistung auf jeden Fall von Leipzig. Aber ich glaube, auf der anderen Seite haben wir mit Paris eine Mannschaft, denen es vielleicht nicht ganz geschadet hat, dass in Frankreich die Saison abgebrochen wurde. Man denke darüber nach, wie stark die vielleicht sogar noch wären, wenn die mehr Spielpraxis hätten als jetzt dieses Pokalfinale gegen Lyon, das sie ja im Elfmeterschießen gewonnen haben. Und Paris, Lyon, zwei französische Mannschaften im Halbfinale der Champions League, keine Italiener, keine Spanier, keine Engländer, nur zwei deutsche Mannschaften und zwei Franzosen. Und irgendwie muss das ja auch mit der Art der Saison zusammenhängen, denn die Franzosen hatten vielleicht die Chance und haben die genutzt, dass sie eben mal ein bisschen sich erholen konnten. Und auch die Deutschen haben früher Pause gehabt als die Engländer, Spanier und Italiener und haben deswegen vielleicht sich besser auf dieses Playoff- oder K.O.-System vorbereiten können. Und jetzt sind die Pariser vielleicht auch in diesem Modus besser angekommen, indem sie auch dieses wichtige Spiel gegen Atalanta mit 2 zu 1 gewonnen haben, wo viele vielleicht Atalanta stärker eingeschätzt hätte, weil die ja die Ballermänner der Serie A waren. Und am Ende hat sich eben dann individuelle Klasse mehr oder weniger durchgesetzt, denn Mbappé kam von der Bank, bereitet das entscheidende Tor in der Nachspielzeit vor. Glücklich kann man sagen, aber im Endeffekt zählt in so einem K.O.-System einfach auch diese Moral, diese Mentalität, dass du in der Nachspielzeit einfach deinem Gegner Todesstoß verpassen kannst. Und dann ist die Frage, ja, sind sie jetzt immer noch, also meine Vermutung ist, sie sind halt ein bisschen besser wieder als gegen Atalanta, was jetzt spielerisch vielleicht nicht das Gelbe vom Ei war. Und alles in allem ist auch Angel Di Maria wieder dabei. Und somit würde ich Paris hier auch als Favoriten sehen. Ja, das sagen die Quoten ja letztendlich auch. Ich glaube, Paris hat gegen Atalanta wirklich über 70 Minuten das Spiel dominiert. Hatten auch einige gute, ich nenne es mal Semi-Chancen. Also wenn sie da ein bisschen mehr im Saft gewesen wäre, waren da schon fast hundertprozentige dabei, die sie ganz kläglich vergeigt haben. Ich glaube aber, der entscheidende Faktor ist, dass sie eben in der Nachspielzeit aus dem Rückstand einen Sieg erzielt haben. Und sowas bringt eine Mannschaft, die vielleicht auch insgesamt nicht so gut harmoniert hat, nochmal zusammen jetzt erst recht Mentalität reinzubringen. Und mit Tuchel haben sie auch den richtigen Trainer, der die jetzt da, glaube ich, kitzeln kann. Du sagst es auch, die Maria ist wieder am Start, der Gelbsperre abgesessen. Mbappé ist jetzt auch wieder in der Startelf, was wir so gelesen haben. Es spricht sehr, sehr viel für Paris, höchstens auf der Torwartposition. könnte Leipzig einen kleinen Vorteil haben, oder? Na gut, Gulashi ist halt ein Wahnsinns-Torwart, auch was er gehalten hat wieder im Viertelfinale gegen Atletico. Und bei Paris fehlt jetzt mit Keila Navas eben die etatmäßige Nummer 1. Ich bin aber kein Fan davon, das an Einzelpersonalien aufzuhängen. Ich denke, auch ohne den Keeper wird Paris hier stark genug sein, um Leipzig zu besiegen. Andererseits wäre es natürlich fast schon ein Märchen, wenn Leipzig hier bis ins Finale kommt und dann vielleicht ein deutsches Finale. Aber vorerst bleiben wir beim Realismus, geben die Wette auf Paris ab, mit einer 1,85er-Quote. Und gehen darüber hinaus zu unserem exakten Ergebnistipp. Jetzt haben wir dann vielleicht, könnten wir noch auf die Übertore schauen. Aber das ist hier in dem Spiel auch wieder so, dass die Buchmacher hier natürlich mehr als 2,5 Tore erwarten. Ich denke, das ist sehr realistisch über 3, 1,99. Aber ich denke, es fallen eben exakt drei Tore. Denn am Ende haben beide Mannschaften 2 zu 1 im Viertelfinale gespielt und die machen auch beide so weiter. Ja, also Paris, unglaublich gute Abwehr. Sieben oder erst zweimal in dieser Champions League haben sie ein Gegentor in der ersten Halbzeit bekommen. Haben ja auch sieben der neuen Spiele gewonnen. Sehr, sehr souveräne Vorstellungen. Zurecht im Halbfinale. Und sie werden auch zurecht ins Finale ziehen mit einem 2 zu 0 gegen unsere Leipziger. So leid es mir tut, für Rasenballsport wird es noch ein bisschen dauern. 2 zu 0, die höhere Quote. Ja, gratuliere schon mal. Ob das Ergebnis dann stimmt, das wird zu beweisen sein. Freue mich ja auch, wenn ihr euer Ergebnis tippt. Und vor allem auch, wenn ihr noch interessante Wetten hier findet, schaut mal auf www.pedia.de oder .com und da findet ihr den Vergleich dieser Quoten dann. So sieht es aus. Einen wunderschönen Montag, Dienstag und schaltet auch wieder zum nächsten Spiel ein, wenn es für die Bayern um den Einzug ins Finale geht. Ja und falls du noch nicht abonniert hast, dann mach das doch und betätige die Glocke. Bis dann!